Der Bosch Advanced Rotak 36850 ist ein kabelloser Rasenmäher mit 7 Schnitthöhen von 25 bis 80 mm, einer Schnittbreite von 44 cm und einem 50 Liter Grasfarmkorb. Der Mäher wird mit einem 6 Ah starken Akku geliefert, der in ca. 185 Minuten aufgeladen ist, aber in nur 144 Minuten auf 80% aufgeladen werden kann. Der kabellose Mäher von Bosch ist für Rasenflächen bis zu einer Größe von 850 m² geeignet. Das Beste an einem Akku betriebenen Rasenmäher ist die Bequemlichkeit, du kannst durch den Garten fahren ohne von Kabeln behindert zu werden und ohne das sperrige Design vieler Benzinmodelle. Darüber hinaus verfügt er über eine Reihe von Funktionen, die das Mähen erheblich erleichtern. Vom großen Grasfarmkorb, der sich zur Aufbewahrung zusammenklappen lässt, bis hin zum niedrigen Geräuschpegel, der das Mähen nicht nur für dich, sondern auch für deine Nachbarn angenehmer macht. Es könnte sein, dass du das Rasenmähen in Zukunft nicht mehr als lästige Pflicht betrachtest, sondern als einen angenehmen Zeitvertreib. Eines der größten Probleme bei kabellosen Mähern ist, dass sie die Leistung eines Benzinrasenmäher nicht erreichen. Und nein, wir werden dir nicht sagen, dass dieser Mäher mit der Leistung eines Benziners mithalten kann, aber du möchtest diesen Mäher ja auch nicht kaufen, um eine hügelige Wiese zu mähen. Für ein kabelloses Modell erhältst du ein leistungsfähiges System, mit dem du für einen durchschnittlichen Rasen ein gutes Ergebnis erzielen wirst. Der Bosch Advanced Rotac 36850 wird mit einem einzelnen 36 Volt Akku mit 6 Amperestunden geliefert, der eine lange Laufzeit und genug Leistung für einen 850 Quadratmeter großen Garten bietet. Wenn du bereits einen Akku hast, kannst du den Advanced Rotac auch als Einzelgerät kaufen und so eine Menge Geld sparen, denn die Akkus treiben den Preis für diese Mäher in die Höhe. Wenn du es eilig hast, kannst du die Schnellladefunktion nutzen, die den Akku in nur 144 Minuten auf 80 Prozent auflädt. Wenn du hingegen die volle Leistung benötigst, musst du den Akku 185 Minuten lang aufladen, was für einen 6 Amperestunden Akku allerdings eine recht gute Zeitspanne ist. Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Leistung dieses Rasenmähers für ein akkubetriebenes Modell sehr beeindruckend. Der Mäher bewältigt nicht nur mühelos einen mittelgroßen bis großen Garten, sondern ist auch mit den Advanced Rotac Graskämmen ausgestattet. Damit lassen sich die Rasenkanten viel leichter bearbeiten, ohne dass dafür ein Rasenkantenstecher oder Rasentrimmer benötigt wird. Wenn du in Zeitnot bist oder alles mit einem Gerät erledigen möchtest, ist dieser Rasenmäher die Lösung. Der Bosch Advanced Rotac erhöht die Leistung, wenn das Gelände schwieriger wird. Er erkennt automatisch, wenn mehr Kraft benötigt wird und passt die Leistung dementsprechend an. Das verlängert die Laufzeit des Akkus, da das Messer nur so viel Kraft verbraucht, wie für das Mähen der unterschiedlichen Rasenbeschaffenheiten erforderlich ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bosch Advanced Rotac mit Funktionen ausgestattet ist, die man bei vielen anderen Marken nicht findet. Dieser Mäher hat ein 44 cm breites Mähwerk, das dem des kleineren Modells, dem Bosch Advanced Rotac 36750, gleicht. Der einzige Unterschied zwischen diesen Modellen besteht darin, dass der 36750 einen kleineren 4 Amperestunden Akku im Vergleich zum 36850 hat. Wenn du allerdings ein kleineres Mähdeck suchst, hat dieser Mäher noch einen kleineren Bruder, den Bosch Advanced Rotac 36660 mit einem 42 cm Mähdeck. Eines der herausragenden Eigenschaften des Advanced Rotac ist jedoch das Laubsammelsystem, mit dem du Laubsammeln, zerkleinern und in der Grasfangbox entsorgen kannst, sodass du den Rasen nicht erst von Blättern befreien musst, bevor du loslegen kannst. Dieser Mäher wird zwar nicht mit einem Mulchaufsatz geliefert, dieser kann jedoch als optionales Extra für rund 22 Euro erworben werden. Einige Rasenmäher können äußerst unbequem zu bedienen sein, da die Griffe in einer bestimmten Position fixiert sind. Wenn du immer wieder in einer Position stehst, die keine korrekte Körperhaltung zulässt, wirst du wahrscheinlich mit Rückenschmerzen und anderen unangenehmen Symptomen zu kämpfen haben. Bei der Entwicklung dieses Geräts hat Bosch jedoch an dieses Problem gedacht. Dank der Ergo Slide Griffe kann man die Griffe ganz einfach an die Körpergröße anpassen, was das Mähen wesentlich bequemer und angenehmer macht. Auch die Griffe des Bosch Advanced Rotak an sich sind keine einfachen Metallstangen, sondern ergonomisch gestaltet, um den Komfort noch weiter zu erhöhen und es zu ermöglichen die Griffe in verschiedenen Positionen zu halten. Das ist besonders nützlich, wenn man mit einer Hand um Blumenbeete herummäht. Dieser Rasenmäher läuft auf vier gleich großen Rädern, was ihm ein gutes Maß an Stabilität verleiht. Bei manchen Mähern werden größere Hinterräder bevorzugt, aber bei einem so leichten Modell sind diese Räder durchaus zweckdienlich. Je nach Jahreszeit muss das Gras unterschiedlich kurz gemäht werden und das bedeutet, dass du einen Mäher mit verstellbarer Schnitthöhe brauchst. Das ist bei den meisten Modellen der Fall, aber wie leicht sich diese einstellen lässt, ist sehr unterschiedlich. Zum Glück hat Bosch ein besonderes Höhenverstellsystem entwickelt, mit dem sich die Schnitthöhe per Knopfdruck verstellen lässt. Dies ist eine der einfachsten Lösungen, die wir je gesehen haben und mit Sicherheit ein entscheidender Vorteil. Der Advanced Rotak kann in sieben großzügigen Schnitthöhen von 25 bis 80 mm eingestellt werden, sodass genügend Auswahl für die unterschiedlichen Jahreszeiten und Rasenbedingungen vorhanden ist. Bei diesem Mäher ist die Gras-Auffangbox besonders hervorzuheben. Sie fasst nicht nur bis zu 50 Liter Gras-Schnitt, sondern lässt sich auch flach zusammenklappen und somit viel einfacher verstauen. Ein weiteres wichtiges Detail dieser Gras-Fangbox ist die Füllstandsanzeige, an der man leicht erkennen kann, wann die Box geleert werden muss. Häufig haben Mäher einen zusammenklappbaren Griff, aber der Gras-Fangkorb wird nicht immer in Betracht gezogen, wenn es um die Lagerung geht, obwohl er eine der größten Komponenten ist. Wenn du nur wenig Stauraum hast, ist dieses Modell definitiv für dich empfehlenswert. Es ist kein Geheimnis, dass das Mähen von Gras nicht immer die leiseste Tätigkeit ist, aber mit der ProSilence-Funktion wird der Geräuschpegel um bis zu 30% gesenkt. Darüber hinaus ist das Gerät sehr leicht, sodass selbst das Schieben keine Herausforderung darstellt. Ein zentraler und gut ausbalancierter Griff befindet sich am Gehäuse des Meers, sodass er leicht angehoben und zur Lagerung in den Schuppen oder die Garage getragen werden kann. Solltest du den Bosch Advanced Rotak 36850 kaufen? Wenn du auf der Suche nach einem leichten Rasenmäher bist, der viele hilfreiche Eigenschaften und Funktionen hat, aber gleichzeitig nicht übermäßig kompliziert zu bedienen ist, dann können wir dir den Bosch Advanced Rotak 36850 ohne Bedenken empfehlen. Manche Mäher haben zwar viele Funktionen, aber manche Funktionen sind einfach nur Spielereien, die das Rasenmähen nicht unbedingt verbessern. Aber alles, was Bosch in diesen Mäher eingebaut hat, macht das Mähen deines Rasens viel effizienter und angenehmer. Alle innovativen Funktionen dienen einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel der geringere Geräuschpegel ProSilence, die einfache Einstellung der Schnitthöhe über einen einzigen Knopf und die Möglichkeit Laub aufzusammeln, machen diesen Rasenmäher zum idealen Gerät für alle, die kein kompliziertes Gerät wollen, für dessen Verständnis ein Ingenieurstudium erforderlich ist. Wenn du einen kleineren Rasen hast, bist du vielleicht mit einem seiner kleineren Brüder besser dran. Aber alle Rasenmäher dieser Serie bieten dir das gleiche. Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit Bosch enttäuscht nicht mit dem schicken und funktionsreichen Advanced Rotac 36850 Akku-Rasenmäher. Es handelt sich um einen großen, aber leichten und leistungsstarken Mäher, ohne die Schwierigkeiten, die ein benzinbetriebenes Modell mit sich bringt. Der Advanced Rotac entspricht den hohen Standards von Bosch in Bezug auf Materialien und Verarbeitungsqualität, bei denen keine Abstriche gemacht wurden. Dieser Mäher ist zwar teurer als einige seiner Konkurrenten, aber dafür bekommt man auch das, wofür man bezahlt. Es stimmt zwar, dass ein billigeres Modell den Rasen genauso gut mähen kann, aber ob der Mäher auch so lange halten wird wie der Bosch Advanced Rotac, ist eher fraglich. Und er wird auch nicht alle Funktionen des Advanced Rotacs haben, die die Arbeit schneller, einfacher und so viel angenehmer machen. Bei Amazon erreicht der Bosch Advanced Rotac 36850 eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen, bei über 1.000 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zur Zeit bei 550 Euro für Neuware. Das war's mit unserem Video über den Bosch Advanced Rotac 36850 Akku Rasenmäher. Noch einmal zur Erinnerung. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast, und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Advanced Rotac zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Advanced Rotac 36850 von Bosch haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust.